Okay, dann machen wir jetzt die nächste Mission. Warte. Da einen Platz zu weisen. Party. Warte. Alter, der sitzt. Ich tanze, Alter. Eine sitzt da nur. Okay. Ich kann Ihnen auch noch was geben, was ich nicht brauche. Okay, komm, los geht's. Ich kann Ihnen auch noch was geben, warte. Ich habe Ihnen vier Sterne den gegeben, was ich nicht brauche. Den kann ich auch noch machen. Was ist hier hinter? Okay. Äh. Wie geht's hier raus? Wir müssen wieder rauszufinden. Okay, dann gebe ich Ihnen das nicht. So, okay. Oh, ich bin wieder in so einem Dingsbereich hier. Bodenbereich. Also, wie kommen wir hier raus, ist die Frage. Oh, noch mal ohne. Komm, ruf deine Freunde, hä? Ja, was willst du denn? Ja, hau ab vor mir, hä? Leck, komm. Leck, komm. Wie sie versucht, wirklich abzuhauen. Was willst du denn? Was willst du denn? Oh, eigentlich sind die Drohnen ganz süß. Keine Brennstoffzelle. Ah, da geht's raus. Ah, danke. Die Drohnen zeigen einen Weg raus. Wie geil. Kommt ihr? Seid ihr schon... Ich warte noch auf Sorge. Oh, ich kenne den Weg. Ja. Wie süß. Oh. Oh, hier sind doch welche. Was machst du denn? Vor der Tür stehen zwei Johnnies, also... Die waren mal scheinbar auf die Tür. Oh, wir alle zu viert auf den Raufgehen. Alter. Wir gehen alle zu viert auf den Rauf, oder? Oh, noch ein Johnny. Oh, was ist denn hier noch? Hofexplosiv ist mehr... Hofexplosiv, Mehrzweckgeschoss. Ja, das ist gut. Noch eine. Aua, aua. Was? Was zur Hölle? Hofexplosiv, Mehrzweckgeschoss. Oh, das ist doch hoch. Alter, was ist denn jetzt los? Das Geilste ist, ich habe jetzt wieder acht hohexplosiven Mehrzweckgeschoss. Die können wir gleich angucken. Weißt du, das ist so geil, ne? So ein richtiger Hinterhalt. Ja, wie gesagt. Wo ist die drohne? Die drohne hat die drohne hat die ganze Zeit nichts gemacht. Hat mich angeguckt. Joah... So, und dann... Ich passe die drohne, oder? Na oben? Oh, hier ist ja noch einer. Standard Erste-Hilfe-Sets, das ist groß. Super Dämoni hier noch. Diese Spinsel habe ich auch gemerkt. Du kannst decken, ne? Aber mit der, mit... Apapapa. Alter, du fliehst du hier schon mal. Ist so... Hä? Warum stehe ich denn jetzt hier? Hä? Warte, warte. Nein, wo ist der eine Joddy, denn der hatte doch so viel Kutumuni. Da hinten liegen die. Der fliegt wahrscheinlich auch wie bei mir zurück zum Himmel, Alter. Halleluja. Ey, das ist richtig geil, mal zu viel zu spielen, oder? Alter, ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt, den muss ich natürlich noch einsetzen. Mehr EP oder soll ich? Erhöhte Wirkungsradius von EMP-Bewaffnungen. Mir ist das egal. Äh, Wissensbegierde habe ich schon auf Level 2. Ich jetzt auch. Weil da kriegen wir mehr XP und kommen, umso mehr Sachen auf Level, ne? Ne, jetzt fahren wir alle vier Fahrrader, ja, komm. Wir fahren jetzt alle zu viel Fahrrader. Die Geile. Ich klicke nicht die ganze Zeit, ey. Oh, ich nehme mich hin. Ey, wir müssen zu 2, ne? Ich weiß. Ah! Ich war nur gefallen. Können wir da hin? Oh. Alter, ihr fahrt alles. Oh, stopp. Können wir mich denn so schrecklich? Alter, schau. Ich hör' ich in das, mein Gefang. Jo, steig doch ab. Mein Gott. Alter, was hat der denn für ne Waffe? Hörst du, was gibt es weiter? Du, 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 du. Ich bin nicht. Jetzt kommt er die Fertritte in Gefahr. Dann fahr'n. Abha? Abha? Abha hat ne andere Waffe als wir. Heldah. Bruder, ey. Ja, es hilft es jetzt. Ja, ne, mal mit. Easy. Ist das jemand von euch? Das bedeutet easy. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Weg folgen. Dann nach links. Fahrradgang, alter. Ja. Schade, dass man keine Ego-Peskulptur machen kann. Na, Ego haben wir ja schon die ganze Zeit. Hä, warum teleportiert ihr euch jetzt plötzlich vor mir? Ich bin schneller als ihr. Brumm, brumm. Abfahrt der Bullis. Hier, jetzt rechts. Nach links. Hier, jetzt regt euch gegenseitig ab, Alter. Äh, 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 warum fliege ich? So, Ugo und ich sind ganz weit zurück. Abfahrt und ich sind auf der gleichiger Höhe. Alle, ey, gleich kommt der Nick von hinten angereist mit einem 40 kmh. Brauchst er durch die Gegend, der holt langsam auf. Also hier hätten es noch eine Stadt, die wir erstmal looten. Oh, wer wird das Rennen machen, wer... Oh, wer ist jetzt plötzlich vor mir? Oh, ich ne einen großen. Ah, boah, denkst du, wir... Denkst du, wir kriegen den großen zu dritt? Ja, klar. Komm, ich hol ihn mal hier hin. Das sind zwei große. Warte, warte. Should we... Fuck. Fight or not. Was sagt er? We can try. Okay. Warte kurz, ich will... Ich will's ja schön machen. Okay, der hat mich schon gesehen, oder? Okay, der rettet auf mich zu. So, der soll sich jetzt mit mir hinlaufen. Was war er mit dir falsch? Rechts ist einer. Warte, ich hol mal kurz die dicken Oldies raus. Och, Gott. Was war das denn jetzt? Papa und ich gehen hinrufen. Oh, hier sind ein paar Johnnies. Was war nicht nur ein paar? Oh, hier sind es fünf Stück und es sind sieben, acht. Oh, wie geil. Okay, das war keine gute Entscheidung. Hilft mir, help, 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 help. Oh, jetzt kommt der große A auch noch. oh, jetzt kommt der große A auch noch. Oh, nein, der große kommt ja... Oh, nein, der große kommt ja... Oh... Oh, nein, der große kommt ja... Nein, ich bin tot. Wir waren nicht mal bei der Mission, Alter. Wir haben das, glaub ich, verlassen, ne? Die Saison? Warte, lebst du noch? Ich bin tot. Wir alle sind tot. Ne, er lebt noch. Appa? Appa lebt noch, Alter. Welche Richtung müssen wir? Äh, run. Run. Hahaha. Hat er eh zum Schließen? Weil der wiss. Also ich bin eher so der Offene, höhö. Ich bin nicht vorbei, ja? Bin better than me, klar. Wie geht's? Warte, warte. Wir müssen ihm da irgendwie raushelfen. Warte mal, ich schicke ihm meine Freundschaftsaufrag. Multiplayer. Nein, lass das mal. Ich kenn ja noch nicht mehr richtig. Ja, und freut sich, dann frage ich es ja nicht schon. Ja, okay, kann man ja machen. Äh, ich weiß nicht. Au. Warte, ich muss erst mal Multiplayer. Ne, ich kann, ich kann man nicht irgendwie. AAP15, müssen wir das später auf Steam machen. Au, au, ich höre ordentlich geballert bei ihm. Und er ist tot. Let's get to the mission. Sehr, sehr. Almost gone. Gut. Also ich hab sechs Schüsse. Ich warte mal auf APA. Ich hab keinen Fahrrad am besten. Das dauert das so lange. Ich verkeh' euch mal ein Standort, falls ihr das seht. Ich geh gleich zu ihm hin, Digga. Der ist nur 100 Meter entfernt. Ohne Fahrrad. Ohne Fahrrad. Du. Du. So geht es schneller. Ja, ich hab ein Druckluftbelder in der Hand. Oh je. Mein Gott, Philipp, das brauchst du nicht jeden sagen. Was, was, der Grafik heißt auf Englisch? Philipp, das brauchst du nicht jeden sagen, dann check das nicht. Hey, da unten ist was. Oh je, ja. Entweder heißt es oh je oder ja. Das heißt oh je. Die heißt ja. Oh, ich seh ja ein bisschen was. Ja. Wie gut, dass ich den, wie gut, dass ich den großen Olje noch dabei hab. Ähm, wir müssen, ich bin schon da unten. Ähm. Ach du Scheiße. Ich hab den Bock-Boy hier. Ich hab den Bock-Boy hier. Oh Gott. Für eine gute Sache. Stufe 1 abgeschlossen. 2500 EP. Ja, dankeschön. Gerne. Wir haben alle zerstört, ne? Ja. Ja, Philipp, das ist schon zerstört, ne? Ja, das sind die. Ja, das sind die... Welche Ammo benutzt du? Ähm. A, die kann ich mal droppen? Ich benutze die. Es ist die Arkadie, die er hat. Egal, das juckt keinen Film mehr. Ich benutze die. Erstmal ist neben Schau. Hey, das war eh nur zwei. Jetzt habe ich mehr. Warte, was ist die? Findet ihr da eines der Wohngebiete in Österreich? Oh, ne. Österreich. Österreich ist irgendwo da unten, ne? Ja. Ah, da unten. Guck mal, wir müssen jetzt auch da unten, Alter. Na ja, gut, dann haben wir die Mission auch fertig. Tschüss. Tschüss.